so immer ein kleiner bericht aus schwenningen die lieferdienste sind unterwegs dhl dpd gerade ist ups vorbeigefahren hier wilde hektik vor dem kaufhaus merkur da oben ist der gott merktur auf dem dach oder auch hermes genannt zur griechischen zeit griechische version ja handel und wandel merkur geht das wollen wir festhalten kaufhaus merkur merkur geht ja ups ist gerade vorbei und da sind die schwarzwaldtannen gerade unterwegs zu ihrem bestimmungsort die andere kommt wahrscheinlich musseln ja ich hier in schwafeln verfalle mache ich mal schluss und grüße euch nach nah und fern aus schwenningen